Hallo und herzlich willkommen zu eurem Brew Guide zu dem Espresso unserer Winter Specials. Dieser Espresso heißt Orange Candy und das sagt eigentlich auch schon alles über das Geschmacksprofil aus. Dieser Natural Kaffee aus Äthiopien ist ein Mixed-Hallum und ist absolut fruchtig und schmeckt total nach kandierter Orange. Meine Brühempfehlung für diesen Kaffee sind 18,5 Gramm in den Portafilter, das ist ein 18 Gramm Sieb, was ich benutze, und 37 Gramm raus. Euer Zeitfenster sollte 26 bis 28 Sekunden sein. Geschmacklich schmeckt ihr Orangentart, Marmelade und ganz viel braunen Zucker. Diesen Kaffee würde ich am 19. Tag nach der Röstung am meisten empfehlen. Wenn ihr eine Kommandante zu Hause habt, empfehle ich 10 bis 12 Klicks auf dieser Kommandante. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Trinken von diesem Kaffee, mir hat er super geschmeckt und happy brewing!